So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2. Ähm. Ich bin gerade am überlegen, wann dieser Part rauskommt. Ist dann schon Weihnachten? Lasst mich mal kurz durchrechnen. Moment, 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 Moment. Part 162 ist Sonntag. Das ist der 22. Part 163 ist... Ja, das ist der Weihnachtspart. Hallo, frohe Weihnachten. Äh, ich mach, ich glaube, ich mach dieses Jahr kein Weihnachtsvideo extra speziell. Machen wir ein Mario Maker Weihnachtsvideo. Jetzt einfach, wir suchen uns Weihnachtslevel raus. Ich wette, bei beliebt sind hauptverhaufenweise Weihnachtslieder. Äh, Level. Let's, let's search for Weihnachtszeug. Guck mal hier, ich hab'n Geschenk für euch. Weihnachtslevel an Weihnachten. So. Frohe, frohe Weihnachten 2019. Das ist, das ist mein Weihnachtsvideo, Herr Fun. Oh, ein schöner Christbaum. Jede... Jede Münze ein Yay. Alles klar. Okay, genug Christräume gesehen. Und jetzt geht... Jetzt climbten wir den Christbaum nach oben. Ne, das ist kein Christbaum mehr. Das ist eher so eine Christhecke. Auch in Ordnung. Wenn wir von bösen Schneebellen abgeworfen werden. Ich wollte gerade Quatsch machen. Das wär' nicht gut gegangen, was ich gerade vorhatte. Das wär' gerade gar nicht gut gegangen. Wo geht denn der hin? Hilfe. Oh, den Pilz nehm' ich doch gerne mit. Das war jetzt nicht so smart. Jetzt wird's langsam kritisch. Hier ist noch ein Pilz. Wo ist denn extra? Und auf da. Es ist doch ein riesiger Christbaum. Christ... Quick, 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 quick. Christbaum. Quick, 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 quick. Ich dachte gerade, ich mach Quatsch. Doch keine Weihnachtshecke, sondern ein riesiger Christbaum. Das war cool. Und was ist hier oben? Ein Leben. Alter. Gar nicht übertrieben mit den Sounds, ne? Das ist ein Schneemann. Christmas. Alter, ist ja gut jetzt. Okay, das ist eingebaut. Wie krieg ich das raus? Oder muss ich da oben rüber? Ach, das ist mein Geschenk. Ah, coole Idee. Bisschen viel Yay. Bisschen viel Sounds vielleicht. Aber coole Idee. Coole Idee. So. Das war das Weihnachtsvideo. Nein. Ähm. Mehr Weihnachten. Komm schon. Okay, es ist zwar kein Weihnachtsvideo, aber... Alleine das Thumbnail und der Name. Ich muss mir das angucken, was hier los ist. Was hat der mit nem VPN gemacht? Ist das einfach nur jetzt zum Angucken, wie das so ein Level? Ich glaub, ist das einfach nur zum Angucken? Kann ich hier irgendwie sterben? Ja, indem ich in die Bombe reinlaufe. Ach so. Verstanden. Ja, jetzt könnte man zurücklaufen und sterben. Oder hier reinlaufen. Das könnte man auch noch. Okay. Okay, ich bewege mich kein Stück. Das ist genau richtig gesetzt alles. Ei, 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 ei. Okay, aber dich nehm ich mit. Wait. Das bringt mir gar nichts. Jetzt ist das Ding weg und ich muss hier oben rein. Okay. Ich vertraue drauf, dass das gut ist, hier reinzugehen. Ach so. Lul. Okay. Das war interessant. Zwar kein Weihnachtslevel, aber hey. Plopp. 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 Ja, doch. Kann man schon mal. War ganz lustig. So, aber ich will Weihnachten. Jingle Bells. Jump into one. Let's go. 45% scheint also nicht zu schwierig zu sein, aber offensichtlich auch nicht nur Musik. Und das ist ja, was wir suchen. Ach so. Ich hab's von Anfang an nicht richtig gespielt. Ich muss das nochmal. Ich hab, ich hab nicht, ich hab gedacht, es ist ein Level, aber es ist im Sinne, in dem Sinne, dass ich gegen die Blöcke springe. Ah, ich hab nicht alle erwischt. Schade. Aber cool. Holy shit. Der Zelda-Sound am Ende einfach noch. Ist klar. Okay. Das war ganz cool. Es war jetzt nicht nur Musik. Es war sehr viel Autorun im Prinzip, aber man konnte so ein bisschen mit die Melodie. Ich hab nicht mal alle erwischt. Ich war schlecht. Und zwar ein bisschen viel andere Sounds. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man's dann mit anderen Sounds übertreibt. Christmas Song Medley. Let's go. Das ist doch genau, was wir suchen. Na, das geht jetzt nicht darum, dass die Level schwierig sind, sondern ich will Weihnachtsstimmung hier haben. Es ist Weihnachten. In Bevor es ist der 23. Nein, ich müsste es gerade richtig ausgerechnet haben. Es muss der 22. sein. Ach so, Walk. 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 Da, 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 da Okay, das jetzt ein bisschen hart hier mit den Sounds. Ein bisschen mit den Sounds übertrieben. Naja. Aber cool. Merry Christmas. Oh, hätte ich auch noch einen Schlüssel bekommen oder ist das einfach nur Deko? Ich glaube, das ist einfach nur Deko. Schön. Christmas Songs! Bald haben wir es ja alle durch und zwar doppelt und dreifach. Wer hat es am schönsten gemacht? Das ist aber die Frage. Ah, das ist wieder nur zum Durchfahren. Verließe Navidad. Da 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 da! Da 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 da. Das kannte ich jetzt gar nicht. Ich kenne es, aber ich weiß nicht, wie es heißt. All I want for Christmas is you. Genau, das war das. Ah, das Viertel habe ich nicht gekannt. Ich wollte Gott sagen. Holy moly. Wir öffnen unser Geschenk. Yay. Auch eine coole Idee. Auch eine sehr coole Idee. Wer kannte das Vierte? Das Vierte kannte ich nicht. Kannte ich nicht. Das hat mir nichts gesagt. Christmas, keep one. Auch da ist wahrscheinlich nicht schwierig, aber wir wissen ja, was wir gerade machen. Ach so, Musik. Nur Musiklevel. Oh Gott, es wird 500 Coins geben. Das heißt, es wird sehr viel blum 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 blum. Ich dachte, es gibt Musik. War da nicht eine Note im Titel? Das ist nicht die Weihnachtsmusik, die ich bestellt habe. Vielleicht am Ende dann, oder was? Das war nicht die Weihnachtsmusik, die ich bestellt habe. Na gut. Na gut. Alles klar. Aber war da nicht eine Note im Titel? Guck mal, da ist Christmas, keep one. Ich dachte, es ist ein Lied. Meh. Guck mal, da ist das Lied von Devery. Wie gesagt, das habe ich schon gesagt. Das ist richtig cool geworden. Timing, es geht. Hier sind coole Level, die ich spielen würde, aber die mich auch interessieren würden. Aber ich will ja eigentlich... Oh, Winter Wonderland. Twenty Seconds, Speed One. Winter Wonderland ist auch ein schönes Lied. Da, 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 da. Ach so. Es ist gar kein... Es ist nur ein Speed One. Danke für nix. Das war verdammt. Ah, natürlich muss ich einmal sterben. So. Mann. Aber ich habe bei Winterwunderland an das Lied gedacht. Aber das kriegt trotzdem mehr Herz, weil es war ja... Ne? Entsprechend. D'accord. Das ist die Relaxing Red Coins. Kami Kaiser. Ach, Chris. Ach, du küsst mich schon. Oh, der ist auf... Äh, Fabi ist auf Platz 29 bei den beliebten Leveln gelandet. Ja, nice. Mit Sound of Highball auch noch. Cool. Cool. Sweet. So muss das. Ach, toll, ich sehen wir mal. Vielleicht kommt da was Neues. Ach so, nee, kann ja... Ach so, nee, kann ja... Ich bin ja bei den beliebten Leveln, da kann ja gar nichts Neues. Jetzt kann ich plötzlich... Plötzlich einmal aktualisiert, neue beliebte Level im Monat. Das ergibt gar keinen Sinn. Okay, es ist zwar nicht Weihnachten, aber es ist auch ein wunderschönes Lied. Und ich finde, es passt irgendwie zu Weihnachten, oder? Hendricks Theen passt schon zu Weihnachten, ne? Das hat sowas Mystisches. Und wenn es gut gemacht ist, dann wird es auch nochmal für schöne Stimmung jetzt sorgen. Okay, zu Weihnachten passt es vielleicht nicht. Aber es ist gut gemacht. Ob jetzt... Das wäre cool. Komm schon. Oder auch das erst. Das wäre cool. Komm schon. Yes. Ach, jetzt ist das so kurz gewesen. Die beste Stelle. Das ist doch... Das ist doch das Beste. Dieses... Und so weiter. Spider-Den. Ist auch ein cooles Lied. Aber ich will ja eigentlich jetzt... Weihnachten. We wish you a Merry Christmas. Mal gucken, ob das jetzt ein Lied ist. Das Thumbnail lässt es vermuten. Der Titel auch. Oder ein Level. Autoscrolling Musik lässt es allerdings auch vermuten. Oh, ich habe auf die Texte nicht geschaut vorhin. Auch cool mal so durchzulaufen durch das Lied. Das war auch interessant. Das war auch interessant. Der letzte Teil hatte nicht mehr ganz so viel damit zu tun. Das war dann mehr so eine Eigenkomposition. Ja. Merry Christmas. Nochmal. Sehr schön. Kann man schon anbieten. Komm, mehr Weihnachtssachen. Das ist nicht Weihnachten. Okay, lass mich den kurz spielen. Äh, warum nicht? Kurz in 20 Sekunden. Single Screen Speed One klingt halt cool. Das heißt, alles passiert in einem Bildschirm. Wo ist da ein Mancher? Ich habe da nicht hingeguckt. Da ist ein Mancher, ne? Oh, andersrum. Hä? Ach so. Erstmal verstehen, was hier Sache ist. Alles klar. Okay, das machen wir nochmal richtig. Äh, ohne da hängen zu bleiben. Es ist mit den Single Screen Sachen, es ist ein bisschen ungünstig, wenn die, äh, wesentlichen Sachen oben in der Anzeige verschwinden. Ja, guten Morgen. So, das ist schon besser. Das ist schon eher was, was ich, äh, mitnehmen möchte. Hei, 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 hei. Okay. Noch nicht optimiert, aber sieht man ja, dass das noch deutlich besser geht. Aber für mich ausreichend. Happy Birthday, Isabelle. Das sieht nach Weihnachten aus. Zwar keine Weihnachtsmusik, aber ein Weihnachtslevel. Let's go. Joy to the world. Oh nein, es ist wieder ein Medley. Oh, wie gut. Das darf natürlich nicht fehlen. Okay, hört mit drin auf. Okay. Ich hab gerade gemerkt, wenn ich hier die ganze Zeit renne, lädt sich der Pi-Meter immer auf und das stört natürlich im Lied. Das war keine Absicht. Okay. Das war auch cool. Wie kommt man da in elf Sekunden durch? Weil es scrollt doch. Ich kann doch gar nicht schneller als der Screen. Okay. Nein. Und wenn es noch so gut gemacht ist? Nein, dieses Lied nicht. Oh, da ist noch ein Single Screen. Okay, komm. Zehn Sekunden. Let's go. Ich meine, bei zehn Sekunden, es geht ja noch fixer. Ja, easy. Schön. Aber auch eine interessante Idee. Da kann man schon relativ schnell in Hektik geraten, in so Single Screen Geschichten. Okay. So, aber ich hätte gerne noch eine Weihnachtsgeschichte. Legend of Zelda ist auch schön. Ah. Aber ich glaube, wir haben hier keine Weihnachtsgeschichte mehr. Zumindest kommt so schnell keine mehr. Okay. Gehen wir mal in Vielversprechen rein und gucken, ob da was Weihnachtliches ist. Das hat dann auch noch nicht jeder gespielt. Das ist wieder der ganze Mist. Das ist im Prinzip auch nicht besser als neu. Ach, verdammt. Wie finden wir jetzt schnell noch was Weihnachtliches? Ein, was hätte ich noch gerne. Ich meine, wir hatten genug Weihnachtszeug, aber ich hätte ganz gerne noch ein was. Christmas! There we go. Dann schließen wir damit ab. Ich wünsche nochmal frohe Weihnachten. Äh, war jetzt diesmal ohne Webcam. War jetzt einfach halt, äh... Ja, ein bisschen weihnachtlich thematisiert, aber mehr auch nicht. Wait, das ist ja kein Lead-Level. Oder doch? Ja, was ist denn das jetzt? Das war ja... dumm. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Das war nicht, was ich bestellt habe. Ich will noch ein Weihnachts-Dings. Äh, guck mal, warum macht man denn da Noten in den Titel? Okay, Seite 2. Seite 2, gib mir Hoffnung. Jetzt hat man doch gerade schon gespielt. Da ist ganz viel Kamikai so. Na, es wird wohl nix mehr. Da ist der Swordblade Summit übrigens. Auch der hat's wieder hier rein geschafft. Okay, hören wir uns das mal komplett an. Das hat man ja gerade, ne? Das ist All I want for Christmas ist Ruhe. Ruhe. All I want for Christmas ist ja Ruhe. Da, 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 da. So, ich bin jetzt auch still. A, da, da, da. Da, 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 da. Enohl, in was ich jetzt noch mehr. Da, da, da. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war jetzt auch nicht so effektüberladen, das war schön Geht's da noch mal von vorne los, oder, oder wat? Jo, was? Ach, das ist einfach nur, dass man, ich glaube, das ist das Bild vom Thumbnail, das war da drin kurz Ich bin ein wenig verstört gerade Okay Alles klar Ist okay Das schließen wir dann aber, damit schließen wir dann aber ab Haben nochmal richtig viele Geschenke am Ende bekommen Und ich hoffe, ihr bekommt auch so viele Geschenke, wie ich gerade Ähm Das war nochmal ein cooles Abschlusslevel Ich denke, jetzt finden wir nichts mehr Es hat schon jetzt ganz lange gedauert, bis man was gefunden hat Wait Das ist von dem Gleichen, ne? Santa Claus is coming to town Let's go Ne, wenn wir das noch finden, dann machen wir doch gleich weiter Dann gucken wir ganz kurz Das machen wir noch am Schluss Wir gucken noch, ob der noch mehr gebaut hat, weil das ist der gleiche Typ Der baut halt immer auch Intros ein, das ist voll cool Ach, das ist so cool gemacht Und auch hier gibt's wieder Den Merkwürdigen Bonus Wahrscheinlich So, wie komm ich hier raus? Hier hoch? Hier hoch Ach so, nein! Ich komm durch den gleichen Weg wieder raus Diesmal kommt man zur Tür zurück direkt Verstanden Verstanden Dann guck mal ganz kurz, was der noch so an Musik gemacht hat Weil der macht richtig coole Musik Der macht die richtig schön Äh, da wollte ich hin Zander Mehr Weihnachten Nein Das waren die zwei Schade Oh Sonst noch, irgendwann muss ich levelen Genau die zwei hat der gemacht, oder was? Von dem war dieses Jurassic World level Irgendwie kam mir der Name schon bekannt vor, ja Jetzt will ich aber noch mehr kurz hier dieses Das ist auch wieder Musiklevel Game of Thrones Ice and Fire Das Hauptthema einfach Dann schließen wir mit dem Hauptthema ab Tatsache Oh, ich dachte, jetzt kommt der zweite Teil Jetzt kommt aber der zweite Teil Voll cool Und sein Bonus immer am Ende Er ist schon cool Das war auch schon ziemlich cool Genug Musik, genug Weihnachten Für heute im Part Ähm Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen Falls ihr die Zeit hattet, das an Weihnachten nicht anzuschauen Ansonsten, falls jetzt schon Weihnachten vorbei ist Hoffe ich, ihr hattet schöne Weihnachten Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen Und Ja Tschüss Ich bedanke mich genau Tschüss Ich bedanke mich schon